hallo lieber skorpion so heute als ich wollte den samstag kaffee satz lesen da habe ich mal so eine ausnahme gemacht und ja okay also was mein schicksal ist so soll es sich in meinem kaffee satz wieder spiegeln also kann es sein dass du das verlangen hast menschen auch real zu begegnen ja dann sollte sich auch dort blicken lieber skorpion auch attraktiver und lebenslustige menschen sind selbstbewusst auf ja allerdings lass dich bitte nicht sehr schnell stressen treibe so ein bisschen sport dann würdest du auch wie so ein baby schlafen es kann sein dass du also sobald eine kleine summe bekommst ja und lieber skorpion lass ruhig deine gefühle auch mal zu ja nicht immer hinter einer kunden fassade verstecken das war es dann noch lieber skorpion bis zum nächsten mal